Wombard Autor Seltsam Kenzi Die Filmbilder hat der Autor in den australischen Alpen gedreht. Wombards, Wombardidae, sind eine Familie in Australien lebender Beutelsäuger, Metateria. Es handelt sich um höhlengrabende Pflanzenfresser mit bärenähnlichem Aussehen. Wombards erreichen eine Kopfrumpflänge von 70 bis 120 cm und ein Gewicht von 20 bis 40 kg. Ausgewachsene Wombardweibchen übertreffen für gewöhnlich die Männchen in Größe und Gewicht. Ihr Körper ist stämmig gebaut, die Gliedmassen sind kurz und kräftig. Die breitzuligen Füße enden in fünf Zehen, von denen die Vorderfüße fünf und die Hinterfüße vier große, sichelförmig gekrümmte Grabkrallen tragen. Der große Kopf ist breit und die Ohren sind mittellang, rundlich bis dreieckig. Die Augen sind relativ klein und das Nasenfeld ist je nach Art nackt oder bacher Art. Der Schwanz ist zu einem kleinen, nackten Stummel reduziert. Das relative feste Fell ist kurz bis mittellang und variiert je nach Art in der Farbe von gelb, grau bis schwarz-braun. Die Bezeichnung Wombard, wurde von den Ureinwohnern in Nuss aus Wales übernommen, welche die Tiere je nach Gegend Wombach, Wombag, oder auch Wombard, nannten. Die ersten europäischen Siegler nannten ihn bei seiner Entdeckung 1798, Mediv-Bardgär, in der irrtümlichen Annahme, es sei ein Dachsverwandter. Bemerkenswert ist das unter den Beuteltieren einzigartige Gebiss, das Ähnlichkeiten mit dem der Nacketiere aufweist. Sie haben im Ober- und Unterkiefer je ein paar wurzellose Schneidezähne, die Backenzähne sind einfach gebaut und ebenfalls wurzellos. Hier durchwachsen die Zähne dauernd nach und es kann hartes, abrasives Futter gefressen werden. Da die Eckzähne fehlen, klafft zwischen Vorder- und Backenzähnen eine Lücke, Diastema. Die Zahnformel lautet 1-1, Binde-0-0-1-4-4, somit haben Wombard die wenigsten Zähne aller Beuteltiere, 24 Stück. Wombards leben im südlichen und östlichen Australien, in den Bundesstaaten South Australia, Victoria, New South Wales, Queensland und Tasmanien. Sie bewohnen unterschiedliche Lebensräume, benötigen aber eine gut zum Anlegen ihrer baugeeignete Erde. Wombards zählen zu dem größten grabend lebenden Säugetieren überhaupt. Mit ihren scharfen Krallen errichten sie Wohnhöhlen in der Erde, welche sich manchmal zu komplexen Tunnelsystemen auswachsen können. Diese Höhlen können bis 20 Meter lang und 3,5 Meter tief sein. Sofern sich die Reviere überlappen, können diese zu unterschiedlichen Zeiten durchaus von verschiedenen Wombards bewohnt werden. Sie sind überwiegend nachtaktiv, tagsüber ruhen sie in ihrem Bau, um in der Dämmerung und nachts auf Nahrungssuche zu gehen. Ein erwachsener Wombard hat wenige natürliche Feinde. Der eingeführte Dingo ist vermutlich der größte Feind. Das Hinterteil der Wombards ist durch dicke Haut, Knorpel und Knochen verstärkt. Hiermit können sie bei Gefahr den Zugang zur Wohnhöhle blockieren und so die meisten Angreifer abwehren oder an der Decke der Wohnhöhle erdrücken. Für die weitaus meisten Tode sind Menschen, auch durch den Straßenverkehr, verantwortlich. In Gegenden, wo der menschliche Einfluss gering ist, wird die Größe der Population durch die Verfügbarkeit der Futterpflanzen bestimmt. Wombards besitzen ein Territorium, das je nach Umweltgegebenheiten 5 bis 25 Hektar groß sein kann. Territorien werden durch Kotmarkierungen, Bauten und aggressives Verhalten markiert und verteidigt. Männliche Wombards zeigen Drohgebärden, wenn ein anderer, unwillkommener, Besucher zum Beispiel durch einen bevorzugten Fressplatz geht. Der Kopf wird von Seite zu Seite geschwungen und die Zähne gepleckt und damit geknirscht. Zusätzlich werden knurrende Geräusche abgegeben. Dies ist oft ausreichend, um den Eindringen zu vertreiben. Kämpfe können allerdings stattfinden und ernst zunehmende Verletzungen werden von kraftvollen Bissen zugefügt. Sie können über kürzere Strecken bis zu 40 Kilometern pro Stunde schnell rennen und entziehen sich der Gefahr auch durch Klettern und Schwimmen. Vorzugsweise in der Abendzeit verbringen Wombards zwischen drei und acht Stunden mit Grasen. Gefressen werden hauptsächlich einheimische, aber auch eingeschleppte Gräser, wobei junge Triebe bevorzugt werden. Weiterhin krautige Pflanzen und Moose, seltener auch Wurzeln von Sträuchern und Bäumen, sowie Pilze. Die Möglichkeit Nahrung gezielt auszuwählen wird durch die geteilte Oberlippe unterstützt. Hierdurch können die Schneidezähne sehr nahe an den Boden gebracht und die kleinsten grünen Triebe erfasst werden. Der Geruchssinn spielt bei der Futterauswahl für diese überwiegend nachtaktiven Tiere vermutlich eine große Rolle. Sie besitzen einen sehr langsamen, extrem effizienten Stoffwechsel. Um eine Mahlzeit zu verdauen, brauchen sie bis zu 14 Tage. Wombards sind mit die effizientesten Wasserkonsumenten unter den Säugetieren. Zum Vergleich, die auch an australische Verhältnisse angepassten Kängurus verbrauchen viermal so viel Wasser. Wombards vermehren sich üblicherweise das ganze Jahr über, in sehr trockenen Gegenden allerdings eher saisonal. Weibchen haben einen nach hinten geöffneten Beutel, sodass dieser bei der Bauaktivität nicht mit Erde vollgeschaufelt wird. Obwohl Zweizitzen existieren, wird fast immer nur ein junges aufgezogen. Der Nachwuchs wächst sechs bis acht Monate lang im Beutel heran und bleibt dann noch etwa ein Jahr in der Nähe der Mutter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020